Smalltalk – Interaktive Lektion Ich stelle dir gleich eine Frage und du hast 13 Sekunden Zeit, dir eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten zu überlegen. Wann treffen wir uns? Mögliche Antworten Wir treffen uns um 9 Uhr abends. Wir treffen uns um 20 Uhr. Wir treffen uns um 20 Uhr. Wir haben am Montag um 8 Uhr einen Termin. Nächsten Freitag um 21 Uhr. Nächsten Freitag um 21 Uhr. Nächsten Freitag um 21 Uhr. Schreibe jetzt eine Antwort auf die Frage als Kommentar unter dem Video. Wann treffen wir uns? Ich habe keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. No guerra für heute, erst dass ich das auch inpersona lieber mache sagen ausges admissions. Nächsten Freitag. Wo das alles? Vielen Dank.